Hallo, mein Name ist Marc Vogler von Woodmeiser Deutschland und heute zeige ich euch die neue mobile LT15 Classic. Für die mobile LT15 Classic gibt es die gleichen Ausstattungsvarianten wie für die stationäre Variante auch. Das Gewicht beträgt weniger als 1,3 Tonnen. Für das gebremste Fahrwerk ist ein Anhängerführerschein notwendig. In der Regel ist die Maschine vormontiert für eine vereinfachte Straßenverkehrszulassung. Dazu kommt jetzt nun das Fahrwerk, die fein verstellbaren Füße, um die Säge entsprechend auszurichten und eine Winde- und Laderampe, um den Stamm auf das erhöhte Sägebett zu fördern. Musik Vielen Dank.